Ich bin gut. Und jetzt wieder das Teil. Hui, dreh dich. Und er fixiert es nicht. Hm, Schimitopf. Hihi. So, danke. Ich drück immer alt, weil ich von einem gewissen anderen Spiel da irgendwie gewohnt bin. Gep. Danke. Ich bin gezogen. Äh, renn. Renn, mein Freund. Renn so schnell du kannst. Wir müssen jetzt... Sobald ich hier stehe, das hier irgendwo hin platzieren, genauso. Und dann... Fühle ich Springung erst dann durch, wenn du dich weit genug findest. Und wie soll ich das machen? Ich hab ne holle Nadel... Öl... Handbucher... Äh... Äh... Eins ist zu mal verhindern, ein weiteres Durchkommen im Lagerraum für einen Weg hindurch zu kommen. Jetzt mal einfach mal so angenommen. Oh, es geht sogar. Uh. Hihi. Luft gesprankt. Ich hab kaputt gemacht. Ich guuut. Ich glaube ihn. Ja. Ich glaube ihn. Was ist denn vielleicht auch was? Nein. Okay. Doch nicht. Aber hier ist was. Nein, natürlich auch nicht. Toll. Toll, toll. Und Zunabüchse. Yeah. Voll FC. Ah, hm, 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 hm. Helles Licht. Will you join us? Get away from me! Geh weg von mir. Ah, nee. Ich bleib hier, my bum. Ich bleib ganz ja... Ganz ja. Ganz nah bei dir. Irgendwas hier. Licht. Illuminieren. Illuminieren. Äh, jetzt übertreib ich's vielleicht direkt. Aber okay. Ich hab genug. Da geh ich jetzt noch nicht rein. Ich nehm mir erst mal das Zeug hier. Oh, lecker Brot. Oh, ja, das... Oh, das baue ich jetzt. Lalalala. Dünnerwechsel, komm. Nein, nichts. Auch nichts. Hallo. Maschinenteile. Wieder mal. Och, hör auf, herumzuheulen. Mensch. Ah, da war's. Yep. Ich bin immer ziemlich aggressiv. Bei den Sachen. Ich mein, also... Licht an hier. Hier, das ist gleichermaßen tun. Oh, gut. Oh. Hopp. Rein da. Rein in die Lücke. Ja, und... Hopp. Fein, fein. Und sonst war hier nichts, oder wie... Okay. Hm. Ich hab Hunger. Jetzt bekomme ich Hunger. Schon immer. Mit dem Brot? Also ich mein, das ist schon ein Festmahl. Oh, und hier sind sogar Äpfel. Ich mein... Festmahl... Ähm... Nein. Nicht ganz. Hier fühl mich nicht echt zu Hause. So sieht's wahrscheinlich sowieso allgemein immer ins Zimmer aus. Also... Ungefähr... Es sind nur Kleinigkeiten, die anders sind. Fuck. Uh. Ach, du heilige Scheiße. Äh. Okay. Was wird mit dem? Geht der weg? Ist er schon weg? Hallo? Jemand da? Boah. Alter, das schreckt mich noch nicht so. Ist gut, ne? Madame. Ich lobe einfach durch. Fertig. Oh, hell. Hey, nicht. Hört auf damit. Es ist nervig. Oh, nein. Oh, nein. 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 Hört sich Schmerzenhaft an. Wie, der spielt einfach nur mit der Psyche spielen? Was für'n Kack... Fick. Ist brutal. Au, heiß. Ja toll, warum mach ich das? Okay. So. Zu. Ähm, ähm, ähm. Ah, da haben wir die... Ah, tolle Sache. Schön, schön. Fein, fein. In irgendeines von den Teilen wird ein Event auslösen. Erstmal den Zettel. Wenn kein vollständiger Ersatzstäbe verfügbar ist, kann ein Stab aus dem inneren Studierzimmer geholt werden. Er könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug wieder kaputt geht. Verwende die reparierten Stäbe nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Nutze immer zuerst die Ersatzstäbe aus dem Lager. Denn so welche reparierten Stäbe können schon... Ne? Ja, da ist es. Aber es bringt mir ja überhaupt gar nichts hier drin zu warten, also... Rein theoretisch... Ist es vielleicht auch schon weg oder so? Ich weiß doch nicht, also... Ich weiß doch nicht, also... Ich darf einfach durch. Ich kann es auch mal versuchen, einfach durchzulaufen. Oh Gott. Dann kommt es. Und wir müssen gleich festen. Vorsichtig! Dass es mich ja nicht hört. Ich verstehe, sie sind schon eklaftig, ne? Und da hinten ist es auch okay. Dann, schnell weg hier. Was zum? Was? Äh, fuck. Äh, fuck. Äh, fuck. Äh, fuck. Äh, fuck. Äh, da komm ich jetzt nicht so leicht vorbei. Aber schnell hier weg.